Was ist das für die Schule? Also, dass man nicht mehr zur Schule damals gehen durfte, finde ich persönlich nicht so gut, weil die Schule ist ja wichtig für die Bildung. Und dass hier gesagt wird, dass Frauen nur an den Herd gehören und auch nicht zur Schule gehen dürfen. Wir wollen ja selbst auch zur Schule gehen und auch für uns selbst sorgen und nicht immer von den Männern abhängig sein. Deswegen finde ich das nicht so toll. Und wenn es jetzt wieder kommt, wäre es glaube ich auch ein großes Problem, weil mittlerweile würden sich das nicht mehr viele gefallen lassen.